Die Corona-Maßnahmen sind massiv verschärft worden. In diesem Video werde ich dir die Änderungen, die aktuellen Änderungen, noch einmal kurz zusammenfassen und komprimiert darstellen und dir am Ende Tipps geben, wie du im Einzelfall damit umgehen kannst und wie wirksam vor allen Dingen auch und wie rechtmäßig diese Maßnahmen sind. Wesentliche Änderung ist ja die viel diskutierte einrichtungsbezogene Impfpflicht, unter anderem in Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen, Rettungsdiensten, müssen alle dort tätigen Personen ab dem 15.03.2022 entweder geimpft oder genesen sein beziehungsweise einen Nachweis über eine medizinische Kontraindikation hinsichtlich der Impfung haben, also ein ärztliches Attest, dass sie aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Das wird damit begründet, dass diesem Personal eine besondere Verantwortung hinsichtlich der besonders gefährdeten Gruppen zukommt. Und ich hatte euch in anderen Videos schon erklärt, dass wir im Moment mit einer Rechtmäßigkeit rechnen müssen. Alle Anträge wird das Verfassungsgericht abschmieren, das ist meine Prognose und wie es in der Hauptsache irgendwann mal entscheiden wird, das wird uns hier in der aktuellen Situation nicht helfen. Das ist also die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die muss vorbereitet sein, denn der Impfschutz muss an diesem Tag bestehen und man braucht ja eine Weile, bis man die notwendigen Impfungen hat. Geimpften können jetzt auch Ärzte und Ärzte natürlich sowieso, aber auch Zahn- und Tierärzte, Apotheker. Nun stellen wir ja gerade fest, wir haben nicht genug Impfstoff. Was sich daraus ergibt, werden wir sehen. Wenn sich das nicht klärt, dann wird es hier an der Stelle auch ein Problem mit der Impfpflicht geben, wenn nicht genug Impfmöglichkeiten da sind. Das ist immer absolute Voraussetzung für irgendwelche Impfpflichten. Und da kann man jetzt ja gerade ein bisschen Zweifel haben. Die Maßnahmen sollen immer wieder überprüft werden. Es muss immer wieder geguckt werden, ob die ganzen Sachen noch Geltung behalten. Man wird sehen, wie ernst das genommen wird. Ob es so eine, wie diese Bonus-Lotbremse, wenn die Gefahrenlage abschmilzt, ob es dann wirklich auch Korrekturen gibt. Und das könnte auch dazu führen, dass die Impfpflicht sogar noch wieder aufgehoben wird oder dass die Fristen verlängert werden. Wenn man zum Beispiel nicht genug Impfstoff hat. Das müssen wir sehen. Es gibt auf jeden Fall einige Dinge, die in der Vergangenheit sehr fragwürdig waren. Zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Derzeit nicht. Es gibt allerdings ein paar fragwürdige Übergangsregelungen. Also die Bundesländer, die schnell noch entsprechende Ausgangssperren auf den letzten Drücker verhängt hatten. Die können sich darauf berufen. Insofern hat man hier sehenden Auges sich um Entscheidungen rumgedrückt. Man hat also gesagt, das Alte, das darf noch weitergemacht werden. Aber in Zukunft darf es nichts Neues geben. Und jetzt haben halt viele Bundesländer schnell nochmal die Maßnahmen verschärft. Und die dürften insofern, als hier die gesetzliche Regelung nicht entgegensteht, weil sie ihm dazu noch nichts sagt, sondern nur für die Zukunft, dürften diese Maßnahmen dann weiter wirksam in Kraft bleiben. Also derzeit, das kann auch immer wieder präzisiert werden, derzeit keine Ausgangsbeschränkungen und Reisenverbote vorgesehen. Was aber möglich bleibt, ist weiter auch die Schließung von Restaurantbetrieben, gastronomischen Betrieben und kulturellen Betrieben, Theatern, Kinos und so weiter. Solche Dinge sind auf jeden Fall als Instrumente im Baukasten für die Länder auch in Zukunft vorgesehen. Also es ist eine, sage ich mal, einerseits systematisch vernünftige Vorgehensweise. Man regelt das Ganze im Infektionsschutzgesetz, klare gesetzliche Basis. Man schafft eine klare Abgrenzung der Möglichkeiten, die die Länder haben. Man bekämpft damit diese Willkür der Länder. Aber andersrum eben durch die problematische Übergangsregelung haben eben Länder wie Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen schnell noch ihre Maßnahmen verschärft. Diese Basis gilt weiter und die können eben doch alles Mögliche noch schließen und beschränken. Und die Länder, die das eben nicht gemacht haben, die sind dann auf die bundesweite Regelung, den Katalog, der jetzt hier verabschiedet wurde, beschränkt. Wie gesagt, also aus meiner Sicht sicherlich ein Kompromiss auch mit den Ländern. Ja, und sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass man sagt, aktuell in den Ländern, wo es so extrem ist, da sollen die irgendwas machen. Hauptsache, die kriegen die Zahlen runter. Sehr pragmatisch. Aber eben, ja, wird nicht unbedingt von allen als sehr stimmig, um es mal vorsichtig zu formulieren, empfunden. Ja, die Länder haben also Befugnisse, abgegrenzte Befugnisse und die sind gesetzlich klar geregelt. Insofern für mich erstmal ein Vorteil, aber das wird man natürlich lokal, wo es jetzt einfach erstmal alles so weiterläuft wie bisher, etwas anders betrachten. Amen. Amen. Amen.